Es erwärmt das österreichische Herz, so nett von einem deutschen Kollegen eingeführt zu werden. Ich danke Ihnen recht herzlich und ich danke auch für die Einladung. Und ich darf Ihnen, meine Damen und Herren, über Umwegen zum Thema führend berichten von einem neuen Unternehmen, das Google errichtet hat, nämlich Calico. Sehr hoch dotiert, mit einem großen Budget. Das Time Magazine hat eine Cover-Story für dieses Unternehmen ausgerichtet und in dieser Cover-Story findet sich dieses Karton. Interessant für jeden Gynäkologen und zwar deswegen und auch eigentlich für jeden Reproduktionsmediziner. Denn die Grundfrage dieses Unternehmens, und Sie sehen, dass hier auch eine Kooperation mit Microsoft besteht und das ist eine der ersten Publikationen von beiden von dieser Koalition, Inferdility und Sterility. Die Grundfrage besteht darin, gibt es einen Konnex zwischen der reproduktiven Kapazität einer Spezies auf der einen Seite und zwischen der Langlebigkeit oder der Lebensspanne auf der anderen Seite. Hat offensichtlich, und die Rechenmaschinen gehen vom Einzeller bis zum Homo sapiens alle Daten durch, gibt es eine Korrelation oder hat es einen Einfluss, wie lang jemand für die Reproduktion braucht, eine Spezies, hat das einen Impact letzten Endes für die Lebenszeit. In dieser Arbeit haben Sie hier dieses Kanton, Sie sehen Epigenetik, Genetik. Man evaluiert, warum lebt eine Spezies so lange die andere, einen anderen definierten Zeitpunkt und wie korreliert das letzten Endes mit der reproduktiven Fähigkeit, mit der Notwendigkeit, sich um die Kinder, um die Jungen zu sorgen. Besteht hier eine Korrelation und kann man das unter Umständen auch bei älteren Menschen noch einmal abrufen, wenn es gilt, die Lebenserwartung zu verbessern und damit letzten Endes auch zu prolongieren. Ein zentraler Punkt, den wir Gynäkologen natürlich immer wieder sehen, ist diese Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Warum altert die Keimzelle oder warum altert die Keimdrüse im weiblichen Organismus und der Mann, der kann sich oft bis spät noch reproduzieren. Wenn eine Frau mit 55 schwanger wird, dann sieht man oft die Nase nach oben. Wenn ein Mann mit 70 ein Kind zeugt, dann akklamiert die ganze Nation. Eigentlich eine Ungerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und diese Frage ist auch in dieser Arbeit evaluiert worden. Warum kommt es dazu, dass die weiblichen Keimdrüsen ihre Arbeit in Lebensmitte einstellen? Und da gibt es eine hochinteressante Perspektive. Sie sehen, dass diese Doppelstrangbrüche, über die Sie möglicherweise heute schon einiges gehört haben, im Rahmen der ersten Lebenshälfte zunehmen. Auch der dritten Lebensdekade nehmen die Doppelstrangbrüche zu. Und gleichzeitig kommt es zur reduzierten Expression im Ovar von Genen, zu denen das BACR1 für uns natürlich einen besonderen Stellenwert hat. Mammakarzinom, Ovaralkarzinom. Im Ovar wird das BACR1-Gen hohexprimiert. Und der Sinn dieser Expression im Ovar besteht nicht darin, die Frau von Brustkrebs zu schützen, sondern den Eierstock gut zu erhalten. Die Doppelstrangbrüche mehr oder weniger zu eliminieren, beziehungsweise zu verhindern. Und wenn dann im Rahmen des Lebenslaufes die BACR1-Expression abnimmt, Wenn also der DNA-Repair irrtumsanfällig wird, dann kommt es zum Evarian Aging. Und zwar nicht nur bei der Maus, sondern auch beim Menschen. Das heißt, anders ausgedrückt, dass dieses BACR1-Gen nicht uninteressant ist für den Alterungsprozess auch im Ovar. Auch der Eierstock arbeitet deswegen nicht mehr so gut. Auch die Eizellen erliegen letzten Endes den Doppelstrangbrüchen, weil die Reparaturmechanismen über das BACR1 nicht abreguliert sind. Und hier stellt sich natürlich für jeden, der praktisch arbeitet, die Frage, gibt es Möglichkeiten, dieses BACR1-Gen in seiner Expression zu stimulieren. Man kann ja jedes Gen mehr oder weniger stimulieren. Und gibt es unter Umständen für das BACR1-Gen Mittel und Wege, um die Expression zu verbessern und auch in der zweiten Lebenshälfte noch zu optimieren. Und da gibt es ein interessantes Molekül, das Sie wahrscheinlich auch in der Reproduktionsmedizin immer wieder begegnen, nämlich das Vitamin D. Der onkoprotektive Effekt des Vitamin D ist auch deswegen zu verstehen, weil es die BACR1-Expression nach oben hilft. Und wenn Sie Kinderwunschpatientinnen haben, dann ist es sicher legitim und sinnvoll, sich den BACR1-Spiegel anzuschauen, den Vitamin D25-Spiegel anzuschauen. Wenn der unter 10 Nanogramm ist, und das ist gar keine Seltenheit im Schwarzwaldgebiet oder auch hier in diesen Regionen, dann hat das für den Kinderwunsch einen desaströsen Effekt. Das BACR1 lebt mehr oder weniger vom Vitamin D und die Onkoprotektion des Vitamin D ist über das BACR1-Gen verständlich. Ich würde zu weit führen, das im Detail zu erklären. Sie haben an verschiedenen multiplen Genen diese Response-Elements, wo das Vitamin D, der Rezeptor mit dem Retrinid-Rezeptor, ein Heterotomer bildet, andockt und das Vitamin D natürlich die Wirkung vermittelt. Hier haben Sie einen Histon-Acetyltransferase. Und wo das Vitamin D ist, da zieht es das BACR1-Gen praktisch mit in den Promoterbereich von verschiedenen Genen. Und das hat für viele Funktionen einen Effekt und einen Impact. Und natürlich auch für die Erhaltung der Art und für die Reproduktion. Eine zweite Substanzgruppe, die offensichtlich auch gegen den Alterungsprozess des Eierstocks sinnvoll ist, sind Kinone. Kinone, die im Chlorophyll vorkommen, im Hämoglobin und die auch in den Mitochondrien, den Kraftwerken unserer Zellen praktisch die Hauptbestandteile sind. Diese Kinone haben offensichtlich auch eine Protektion auf das Royalgewebe. Das Pyrolo-Quinolin-Quinon ist jenes Nahrungsergänzungsmittel, das momentan in den Vereinigten Staaten den größten Verkaufsboom erlebt, weil es auch am Ovar offensichtlich protektiv gegen die Brüche von Chromosomen wirken kann. Interessant bei dieser Substanz ist vielleicht diese Arbeit von Jochen Kiesel beziehungsweise Wolfgang Werther. Das sind Wiener, die zum ersten Mal entdeckt haben, dass dieses Pyrolo-Quinon auch im Kameden-Staub vorkommt, dass es offensichtlich eine extrasolare Substanz ist, die dann die Diskussion wieder angeregt hat, gibt es Leben, die aus dem Kosmos zu uns gekommen ist. Die dritte Substanzgruppe, und hier fokussieren wir uns schon bald auf die Landebahn unserer Präsentation, ist in Madonna de Campiglia von Andrea Cennazane, Winterschule kennen Sie möglicherweise Skifahren und Intellekt, nicht? Cennazane, Andrea, vorgestellt worden. Und das sind diese Phosphorinusitoide. Da hören Sie schon zum ersten Mal das Wort Inositol. Und diese Inositide sind letztendlich nichts anderes als Verbindungen aus drei Bestandteilen. Sie haben den Zucker oder einen Alkohol, Sie haben Lipide, Fettsäuren und Sie haben einen Phosphorrest. Und die sind alles Könner, denn sie hängen einerseits in der Zelle, in der Zellmembran drinnen, und andererseits lassen Sie den Zucker in das Zytoplasma hineinschaukeln. Und dort erfüllt es unterschiedlichste Aufgaben. Ein Uraltmolekül, mehr oder weniger, der Evolution. Und die Frage ist natürlich, wie machen diese Inositide das? Vor allem das Inositol-Triphosphat, das Sie erkennen aus dem Biochemie-Interricht, dieses Inositol-Triphosphat ist ein Alleskönner. Und regelt vor allem natürlich eines, den Energiehaushalt. Aber wie machen die das? Sie können es dadurch, dass sie mehr oder weniger dafür verantwortlich sind, dass im Knochen unserer Zelle Calcium freigesetzt wird. Der Knochen der einzelnen Zelle ist das Reticulum. Im Reticulum wird Calcium gespeichert, genauso wie im Knochen für den ganzen Körper. Und dieses Calcium im Zytoplasma ist essentiell. Denn immer dann, wenn das Inositol-Triphosphat irgendeinen Reiz empfindet, setzt es aus dem endoplasmatischen Reticulum das Calcium frei. Und dieses Calcium, meine Damen und Herren, ist ein magisches Element. Es gehört zur zweiten Hauptgruppe. Sie haben hier die ersten beiden Hauptgruppen des Periodensystems und Sie haben das fünfte und vierte, beziehungsweise fünfte und sechste. Diese beiden oder diese vier Hauptgruppen sind für das Phänomen Leben verantwortlich. Denn sie ermöglichen den Elektronenfluss. Und wenn man sich überlegt, was ist Leben? Es ist nichts anderes als der Fluss von Elektronen. In der Mitte übrigens residiert in der vierten Hauptgruppe der Kohlenstoff. Quasi das Element, aus dem wir zu 98% bestehen. Aber links und rechts fließen oder sind jene Elemente, die die Elektronen fließen lassen. Und das Calcium, das Sie hier sehen, ist essentiell. Genauso wie das Calium und das Natrium. In unserem Körper kann das gar nicht viel variieren. Denn würde das viel variieren, wäre das mit dem Leben nicht vereinbar. Das heißt, die Spannbreite ist sehr niedrig, weil es essentiell ist für jede Zelle. Und hier greift das Inositol-3-Phosphat ein. Hier hat es eine Fülle von Aufgaben zu erfüllen. Und hier natürlich auch eine, die für den Reproduktionsmediziner eigentlich wichtiger ist. Und die uns noch näher jetzt zum Thema hinführt. Nämlich die Frage der Energie. Eine Schwangerschaft, 40 Wochen, drei Monate Laktation benötigen, meine Damen und Herren, 140.000 zusätzliche Kilokalorien. Das heißt, das ist ein extrem energetischer Prozess. Und die Frau hat Kinder ausgetragen zu einer Zeit, als es noch nicht Nestle, Milupa, Alete gab. Das heißt, sie musste in ihrem Körper diese 140.000 Kilokalorien irgendwo storen. Und musste sicher sein, dass die auch tatsächlich da sind, wenn der Bedarf kommt. Und das macht der weibliche Organismus in einer genialen Aktion durch eine Insulinresistenz. Die physiologisch und nicht pathologisch ist. Und diese Insulinresistenz, meine Damen und Herren, ist der Schwangerschafts-Prä-Diabetes. Das heißt, in der Schwangerschaft kommt es zu einer Insulinresistenz. Und die ist gut. Das ist noch kein Diabetes. Es ist nur eine Frage, wenn es überzogen wird. Wenn es pathologisch wird, dann wird es zum Schwangerschafts-Diabetes. Aber der Prä-Diabetes in der Schwangerschaft ist essentiell. Denn damit kann die Mutter die Energie quasi nicht selbst verwerten, sondern dem Kind zuführen. Und das ist auch sehr schön dargestellt worden von einer Grazer Gruppe, von der Ursula Hieden, dass die Insulinresistenz im Rahmen der Schwangerschaft zunimmt. Und verantwortlich, meine Damen und Herren, ist ein Hormon, das Sie möglicherweise auch nach der Implantation immer wieder geben. Nämlich das Progesteron. Dürfen Sie es nicht vergessen. Wenn Sie das Progesteron in hohen Dosen verabreichen, dann geht die Insulinresistenz nach oben. Und das hat natürlich auch einen Sinn. Hat für die Hormonersatztherapie einen Sinn. Das Östrogen zum Beispiel senkt die Insulinresistenz. Das Progesteron erhöht sie. Also Dinge, die man natürlich auch als Gynäkologe beachten muss. Und das Ganze hat einen Sinn für die Erhaltung der Art, für die Reproduktion. Denn nur so kann das Kind jene Energie von der Mutter bekommen, die es braucht, um also innerhalb kürzester Zeit eigentlich ein fertiger Mensch zu werden. Genau dasselbe, meine Damen und Herren, wenn auch mit anderen Karten, haben wir in der Pubertät. Auch in der Pubertät muss das junge Kind innerhalb kürzester Zeit zur reifen Frau werden. Das heißt, es muss jene Reservoirs besitzen, mit denen sie dann eine Schwangerschaft austragen kann. Und das geht oft sehr schnell. Das geht sehr, sehr schnell. Und auch das, meine Damen und Herren, geht mit einem Phänomen einher, der für den Reproduktionsmediziner nicht uninteressant ist. Auch hier gibt es eine physiologische Insulinresistenz. Die muss so sein. Und diese physiologische Insulinresistenz ist das physiologische PCO. Das polycystische OVAR ist nicht vom Bösen. Es ist kein Satanswerk. Sondern es hat seine Zeit, wie alles im Leben seine Zeit hat. Und in der Zeit der Umstellung, in der Pubertät, braucht das junge Mädchen eine Insulinresistenz. Es braucht das PCO quasi, um anzusetzen, um dick zu werden. Um die 140.000 Kilokalorien hier in der Aria glute femoralis zu speichern, damit es dann, wenn es notwendig ist, darauf zurückgegriffen werden kann. Und interessanterweise allerdings, die Insulinresistenz in der Pubertät wird nicht so wie in der Schwangerschaft durch das Progesteron ausgelöst, sondern in dem Fall durch die Androgene. Das Testosteron macht das, was das Progesteron während der Schwangerschaft tut. Es erzeugt eine Insulinresistenz. Sie kennen das bekannte Phänomen, das LH geht nach oben, die Androgene geht nach oben. Und das Kind beginnt zu wachsen. Das heißt, es speichert das Fett. Und das ist auch gut so. Allerdings, wenn diese Hyperinsulinämie dann längere Zeit prolongiert wird, wenn es zu einer Prolongierung, zu einer Fortführung über viele Jahre kommt, dann tritt das ein, was auch wir in der FHZ mitredigieren durften, nämlich dann ist die Unfruchtbarkeit das späte Erbe. Das späte Erbe von einem physiologischen Prozess, der an sich sinnvoll ist. Das polizistische Orar ist nicht böse, sondern nur die Prolongierung. Und wenn ein junges Mädchen mit einem PCO zu Ihnen kommt, und das haben Sie ja sicher täglich, dann möge man sich wüten, ihr zu sagen, Sie leiden an einem furchtbaren PCO. Das junge Mädchen oder die Frau glaubt dann an einer Krankheit zu leiden, an der Sie nie wieder gesundet und die es ihr verhindert, je schwanger zu werden. Man sollte es ihr so erklären, das ist an sich ein physiologischer Prozess. Wir müssen ihn beenden, die Natur beendet ihn normalerweise selbst. Und wenn er nicht beendet wird, dann hat man natürlich schon ein Problem. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, in der jugendlichen Sprechstunde auf dieses Fenster, Window of Opportunity, Rücksicht zu nehmen und alles zu tun, damit hier keine Prolongation eintritt. Und da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten. Das erste ist, wenn das junge Mädchen zum Gynäkologen kommt, man soll sich irgendwie über das Gewicht unterhalten. Denn das Übergewicht, die Obesity, ist einer der Faktoren, die nicht zu einer Prolongierung des polizistischen Orars führen. Ich habe früher immer, wie ich noch jünger war, für viele Firmen so Vorträge gehalten, jugendlichen Sprechstunde. Wir haben ja in Österreich seinerzeit noch mit der Frau Dr. Lachnit für Schering mehr oder weniger jede Pille mitentwickelt. Und diese jugendlichen Sprechstunden für die jungen Mädchen haben offensichtlich und retrospektiv, stoßt mir das immer wieder auf, eigentlich nur eines im Auge gehabt, nämlich, wie kann ich einem jungen Mädchen relativ bald die Pille verschreiben. Das ist nicht unwichtig, meine Damen und Herren, aber es gibt andere Dinge, die genauso wichtig sind. Und die Sorge des Gynäkologen und das Gewicht zum Beispiel des jungen Mädchens ist etwas Banales, aber was die Prolongierung des polizistischen Orars betrifft, etwas Wichtiges. Low-Carb-Nutrition, auch das ist wichtig. Denn wenn Sie natürlich eine High-Carb-Nutrition haben, dann steigt der Insulinspiegel nach oben und es kommt zu dieser Insulinresistenz, die die physiologische Insulinsresistenz amplifiziert, das junge Mädchen erholt sich nicht mehr. Nicht, das bleibt mehr oder weniger in dieser Schiene. Man muss auch hier den Anfängen wehren. Und das ist meines Erachtens nach ein wichtiger Aspekt. Da hat der Refiber. Auch da gibt es sehr gute Arbeit. Ich überschlage das nur, weil es nicht direkt zum Thema gehört, sondern eigentlich nur Zusatzmusik ist. Oder Flaxid. Auch Flaxid ist in der Lage, die Insulinresistenz zu reduzieren. Man weiß es ja, dass auch in der Diabetologie, dass Flaxid ein Mittel ist, das die internistischen Freunde verschreiben. Auch das sollen wir nicht vergessen. Makrobioma, das wäre ein eigenes Kapitel, über das wir stundenlang reden könnten, weil die Makrobioma, also die Darmbakterien, in der Lage sind, die Insulinresistenz in der Schwangerschaft und in der Pubertät zu verändern. Das heißt, unsere Darmbakterien haben einen direkten Einfluss, einen direkten Einfluss auf die Insulinsensitivität der Organe. Also das heißt, was ich in unserem Darm abspiele, das beeinflusst nicht nur die Psyche, das beeinflusst letztendlich nicht nur die chronische Kolpididen. Denn Arbeiten von uns in Wien haben gezeigt, dass die Darmbakterien in der Lage sind, direkt in die Scheide zu penetrieren, und zwar auf interstiziellen Weg. Wenn eine Frau Kolibakterien en masse im Dickdarm hat, beziehungsweise im Rektum, dann kann es ohne weiteres sein, dass diese Frau permanent chronisch rezidiviert. Und zwar an Vaginosis und Kolpididen. Man macht eine Antibiotikatherapie topisch-vaginal nach der anderen, in Wirklichkeit gehört der Darmsaniert. Und es gibt hervorragende Arbeiten, aber das ist nicht das heutige Thema, die zeigen, dass die Darmsanierung vor einer IVF mit wesentlich besseren Resultaten verbunden ist. Weil natürlich auch die Implantationsrate, auch das Endometrium hängt von jenen kurzkettigen Fettsäuren ab, die vom Darm dem Körper der Frau zur Verfügung gestellt werden. Denn wir dürfen nicht vergessen, unser Körper ist mehr als nur die Summe unserer Organe. Und die Zelle ist mehr als nur die Summe der Zellorganellen. Da gibt es ein Zusammenspiel. Unterschiedliche Kräfte wirken zusammen. Und die Interdisziplinarität ist deswegen meines Erachtens nach von großer Bedeutung. Omega-3-Fettsäuren. Auch da gibt es schöne Arbeiten, die zeigen, dass zur dietetischen Beratung des polyzystischen OVAs, das ein einfaches Mittel ist, ein ganz einfaches Mittel. Und Sie können damit die Insulinresistenz verändern. PCO-Patientinnen. Ich gebe Ihnen jeweils nur immer eine Arbeit, aber es gibt Dutzende davon. Und dann, und das ist letzten Endes das Thema, warum ich hier stehen darf, ist 1999 im New England diese Arbeit erschienen. Und die zeigte zum ersten Mal, dass auch dieser Zucker, oder dieser Zuckeralkohol eigentlich, das Inositol, offensichtlich in der Lage ist, die Sensitivität für das Insulin zu verbessern, die Insulinresistenz, die ja in der PCO etwas physiologisch ist, ist herabzusetzen. Man hat also ein kohlenhydratähnliches Mittel, eine Substanz, und die kann direkt Einfluss nehmen auf viele Aspekte unseres Körpers. Das war dann 2003, die erste große, randomisierte, placebo-kontrollierte Arbeit. Wahrscheinlich haben Sie das heute ohne dich schon im Detail gehört. die zeigte, dass es tatsächlich randomisiert, evaluiert, einen Vorteil bringt, hier diesen Insulin-Sensitizer, der ein Einfachmolekül eigentlich ist, zu verbessern. Die Ovulationsrate wird besser, aber auch die Ansprechbarkeit der Granulosa-Zellen, die Möglichkeit, Östradiol zu produzieren, wird dadurch optimiert. Und das Ganze war dann, wie gesagt, jetzt im Jänner, in Badonma, ein Hauptthema des ganzen Kongresses, nämlich wie hat der Kohlenhydratstoffwechsel auf die ovarielle Funktion einen Einfluss. Und das soll man nicht unterschätzen, meine Damen und Herren. Der Kohlenhydratstoffwechsel beeinflusst nicht nur unser Gehirn, sondern beeinflusst auch die Eierstöcke. Das Rationale für das Myo-Innesotol beim PCO scheint darin zu sein, dass auch, und das ist ein Aspekt, die Sensibilität des Körpers für das Insulin verbessert wird. Das heißt, die Resistenz gegen das Insulin sinkt und die Möglichkeit, dass das Insulin an der Zelle, am Rezeptor angreift und seine Aufgabe erfüllt, die wird optimiert. Das heißt also, die physiologische Insulinresistenz der Pubertät wird zurückgenommen und das Inositol ist in der Lage, wie ein Insulin-Sensitizer aktiv zu werden. Zusätzlich hat es den gleichen Effekt für das FSH. Auch das FSH kann offensichtlich besser an seinem Rezeptor an und damit die Wirkung am Rezeptor optimaler vollbringen. Also eine Reihe von interessanten Phänomenen, die hier stattfinden. Die zentrale Frage, und ich darf hier noch einmal auf die zweite Hauptgruppe des Periodensystems zurückkommen, die zentrale Frage ist, wie macht das Inositol das? Und das Inositol hat ebenfalls Zugang, hat Zugang zum endoplasmatischen Reticulum und zu dem dort gespeicherten Kalzium. Das Kalzium, meine Damen und Herren, ist ein magisches Element. Ein magisches Element für das Leben, eine Conditia sine qua non. Und deswegen speichert unser Organismus im Knochensystem dieses Kalzium. Nicht um den Knochen stabil zu machen, da könnte man andere Elemente genauso verwenden, nicht? Es speichert das Kalzium im Knochen deswegen, weil unser Organismus in hohen Mengen dieses magische Element bedarf. Und was der Knochen für den gesamten Organismus ist, ist das endoplasmatische Reticulum für die Zelle, per se. Es ist der Knochen der Zelle, aber nicht für die Stabilität der Zelle, sondern ebenfalls. Es ist das Reservoir für den Kalzium. Da ist das Kalzium drinnen und wartet quasi darauf, dass es abberufen wird vom Inositol-3-Phosphat zum Beispiel. Und wenn es abberufen wird, dann macht es das, was jedes Element in der zweiten Hauptgruppe tut, es spendet Elektronen. Erste und zweite Hauptgruppe sind Elemente, die Elektronen spenden. Und das Leben ist ein Fluss von Elektronen. Und dann, wenn Elemente, wenn Elektronen gespendet werden, dann können die Reaktionen ablaufen, das Leben beginnt. Wir haben uns oft im Anatomieunterricht den Kopf zerbrochen, sie haben eine tote Hand und daneben ist die lebendige Hand. Und die Frage ist, was unterscheidet die Tote von der lebendigen Hand? Die Antwort ist relativ simpel. Es ist der Elektronenfluss. In der lebendigen Hand fließen die Elektronen und die erzeugen letztendlich über das Gefälle Energie, sie erzeugen Wärme und geben das Potenzial über das Adenosin-3-Phosphat, dass eben Leistung entstehen kann. Und dieser Elektronenfluss ist vom Kalzium mitabhängig. Weil das Kalzium, zweite Hauptgruppe, ist ein Elektronentonator. Während der Sauerstoff zum Beispiel, das ist, das ist, das ist, das ist die sechste Hauptgruppe, das ist ein Elektronenräuber. Der erzieht das an, Und über den Fluss entsteht dann letztendlich die Energie um das Leben. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich das Geheimnis unseres biologisches Daseins. Und das Inositol, ist wie gesagt, ein Kalziuminduktor. Es gibt das Kalzium, stellt es zur Verfügung und dieses Kalzium wieder verbessert zum Beispiel am Insulinrezeptor die Fähigkeit, dass das Insulin dort wirkt. Es wirkt wie ein Insulin-Sensitizer. Metformin ist ja momentan in Diskussion gekommen, wie Sie wahrscheinlich besser wissen als ich. Allerdings erscheint hier, dass Myo-Inositol tatsächlich eine gewisse Ergänzung oder auch eine Alternative zu sein. Allerdings, es ist nicht nur das polizistische Oberar, wo das Myo-Inositol deswegen wirkt, weil es diese Sensibilität wieder restauriert, weil es die Insulinresistenz verhindert, sondern wenn Sie hier, meine Damen und Herren, das jeden Tag sehen in Ihrer Praxis, dann müssen Sie sich vergewissern, dass in diesem auch magischen Organellum Kalziumwellen ununterbrochen ablaufen. Das heißt, das Kalzium, von dem wir vorgesprochen haben, spielt in der Eizelle eine elementare Rolle. Und zwar, weil die Eizelle, auch wenn sie unbefruchtet ist, ein Quasi-Embryo schon ist. In der Eizelle sind die Messenger-RNA für die ersten Tage bereitgestellt. Die Eizelle hat eine Fülle von Geheimbotschaften, die Sie im Zytoplasma haben. Das kann man nicht mit einem Sperma vergleichen. Das Sperma ist simpel, meine Damen und Herren. Aber die Eizelle, die hat eine Fülle von wirklichen Botschaften in sich. Und diese Botschaften, die gehen letzten Endes über das Kalzium. Und das ist auch der Grund, warum das Myo-Inositol, das dieses Kalzium organisiert und bereitsetzt, warum dieses Myo-Inositol auch zu einer Verbesserung der Eizellqualität führt. Sie haben sicher heute die Arbeiten schon gesehen. Ich überblättere das ein bisschen, um Ihnen die Zusammenhänge, die Hintergründe, dessen es auch erklären zu dürfen. Das Myo-Inositol ist in der Lage, die Eizellqualität zu optimieren. Das ist eine geblindete, doppelt geblindete Untersuchung, die 2011 erschienen ist, auch bei PCO-Patientinnen. Und es gibt gute Daten, die tatsächlich eine gewisse Evidenz an die Wand projizieren. Auch dieser Review, dass das Myo-Inositol einerseits bei PCO-Patientinnen per se die Induktion der Ovulation verbessert, Insulinresistenz, und andererseits unabhängig davon, aber auf die Einzelqualität einen direkten, optimalen Einfluss hat. Die Arbeit haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen in Human Reproduction, nämlich die Konzentration des Myo-Inositols in der Follikelflüssigkeit und die Korrelation zur Eizellqualität. Noch einmal die eine schon gezeigte Arbeit, Myo-Inositol mehr im Proof, O-Site-Qualität. Auch bei Pur-Responsern, verständlicherweise, weil natürlich das Kalzium auch für die Respondierung der Eizelle mitverantwortlich ist. Die zentrale Erklärung, meine Damen und Herren, für dieses Phänomen ist, dass das, ich sage das aus männlichen und technischen Gründen absichtlich noch einmal, dass das magische Kalzium durch das Myo-Inositol optimiert wird. Überall dort, wo Kalzium gebraucht wird, übrigens auch in der Schwangerschaft, wird es durch das Myo-Inositol etwas nach oben gekriegt. Die Kalzium-Oszillation und die Mammelian Egg-Activation ist nicht zu unterschätzen und ich bedauere zutiefst, dass die Embryologie, meine Damen und Herren, in unserem Fach der Frauenheilkunde so stiefmütterlich wie seinerzeit früher die Genetik betrachtet und auch noch gehändelt wird. Denn vieles zum Verständnis auch des späteren Lebens fußt in der Embryologie und die Kardinäle unseres Faches haben es versäumt. Diesen Aspekt mehr in das Fach zu implementieren, denn es würde uns manche Augen öffnen. Das Myo-Inositol ist also für die Eizellreifung von enormer Bedeutung. Die intrazelluläre Signaltransmission geht schon an präimplantierten Embryologie, also wenn der Embryologie sich vorbereitet, auch vor der Fertilisierung und natürlich dann auch vor der Implantation nach der Fertilisierung. Wobei auch andere Organe davon betroffen sind, wie zum Beispiel der Obiduct. Sie haben hier noch einmal das Myo-Inositol, Sie haben hier das endoplasmatische Reticulum, Sie haben das Calcium und das fördert die Oversight-Maturation, das Cytoskelett, auch der Eizelle und des Fugendros. Also das geht alles über das endoplasmatische Reticulum und das scheint also hier doch einen gewissen Impact zu haben. Wir haben bei uns in Wien einen Physiker, der diese Beam-Experimente macht, die Verschränkungen, die Sie möglicherweise kennen, dass also über große Distanzen Atome verschränkt sind, beziehungsweise subatomale Strukturen und dass man die beeinflussen kann. Ein wirklich großer Physiker und der hat auch sehr viel über den Urknall berechnet, so mathematischer Physiker. Und vor kurzem hat er etwas gesagt, was einem, er hat das so ein Passant gesagt, Professor Zeilinger. Er hat gesagt, er hat den Eindruck, genauso wie im Urknall quasi, alles determiniert ist. Wie wir da sitzen, so sagen die Physiker, zumindest das war im Urknall schon vorherbestimmt. Gut, ich kann das nur Relater-Reformat. Aber dann hat er so ein Passant gesagt, und er beschäftigt sich viel mit der Biologie. Irgendwie erinnert ihn das an jenen Augenblick, wo die Eizelle vom Sperma zunächst nur geküsst wird. Nur Tatsch. Denn dann erinnert sich auch in der Eizelle ein kleiner Urknall. Und dieser Urknall, meine Damen und Herren, ist vom Kalzium ausgelöst. Das heißt, in dem Moment, wo das Sperma nur die Eizellmembran berührt, wird eine ganze Welle von Kalzium-Oszillationen freigesetzt. Und diese Kalzium-Oszillationen sind dann letzten Endes auch dafür verantwortlich, dass die Präjudizierung des künftigen Individuums vorbereitet wird. Da braucht man noch gar nicht das maternale Genom. Das heißt, die Eizelle könnte das sogar fast alleine. Und es gibt ja auch bei niedrigen Organismen die Parthenogenese. Das heißt, man irritiert ein bisschen die Eizelle nicht und das entwickelt sich, fängt an sich zu teilen, etc. Also, es ist das Kalzium. Es sind die Kalziumwellen, die dafür verantwortlich sind. Und die können offensichtlich vieles. Sie sind quasi ein Urknall. Und da gibt es sehr viele Arbeiten, die das auch sehr schön zeigen. Also, Sie sehen hier auch, das ist ein richtiger Tsunami. Das Inositol selbst ist deswegen ein interessantes Molekül, meine Damen und Herren, weil es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, wo die OH-Gruppe liegt. Sie sehen hier oben. Es gibt das Heroinositol und es gibt das Myoinositol. Und die beiden können ununterbrochen ineinander übergehen. Und beide haben unterschiedliche Aufgaben. Und das ist etwas, was wir natürlich auch immer wieder sehen, auch in der Endokrinologie, in der Gynäkologie, dass es offensichtlich so ist, dass eine Substanz unterschiedlich ausgenutzt wird. Offensichtlich hat der Weltenbaumeister sehr sparsam einige Module in seiner Schatule gehabt. Und die werden dann von der Evolution immer wieder unterschiedlich benutzt. Denken Sie an das Testosteron. Das Testosteron ist nur ein Präkurser. Entweder wird das in das Dehydrotestosteron und das wirkt erst richtig als Androgen umgewandelt oder es wird aromatisiert und wird zum Östradiol. Das Östradiol besetzt den Östrogenrezeptor Alpha, das Dehydrotestosteron besetzt den Östrogenrezeptor Beta. Und so balancieren sich beide über die Wirkung des Östrogens mehr oder weniger durch den Körper. Ein Beispiel vom Film. Und ähnlich ist es auch beim Inositol. Das Chiroinositol ist in der Lage die Insulinresistenz zu reduzieren, wenn das Myoinositol in der Lage ist, die Eizellreifung, die Calciumwellen zu verbessern beziehungsweise zu unterstützen. Also es gibt zwei verschiedene Formen des einen und desselben Moleküls und beide haben unterschiedliche Aufgaben. Und je nachdem, was der Körper gerade braucht, nimmt er sich das eine oder das andere und tut das ineinander umwandeln. Also hier ist wirklich ein geniales Design am Werk, das die Evolution geschaffen hat und das natürlich auch der Überlegung über das Überleben der Arten gewidmet ist. Das heißt, anders ausgedrückt, dass die Ratio von Myo und Chiroinositol, die hat eine Plasma-Ration, aber die ändert sich letzten Endes. Sie ändert sich je nachdem, welche Situation man hat und das heißt auch dieses Inositol-Paradoxon, weil Sie haben zum Beispiel bei der Hyperinsulinämie wird das Myo-Inositol in Chiro-Inositol umgewandelt, was nicht so gut ist, weil das natürlich dann bis zu einem gewissen Grad fehlt. Also das würde dann letzten Endes zu weit führen. Die Botschaft soll nur die sein, dass das Inositol genauso wie die Steroid-Hormone auch quasi weiterverwendet werden können und der Körper anpasst sich an die Situation, die er gerade benötigt. Wir haben vorher kurz über die Insulinresistenz, über die physiologische Insulinresistenz der Schwangerschaft gesprochen. Das hat ja auch einen Sinn. Ist dem BCO bis zu einem gewissen Grad verwandt, nun ist es dort das Progesteron. Die Schwangerschaft Insulinresistenz benötigt das Kind, um wachsen zu können. Wenn es allerdings pervertiert und zu stark ist, dann kommt der Schwangerschaftsdiabetes und es ist kein Wunder, dass natürlich auch das Myo-Inositol eingesetzt wird in der Kapitität und möglicherweise hier die Insulinresistenz wieder zu normalisieren. Das sind Studien, die erst laufen. Die Safety-Daten sind so, dass man es wirklich empfehlen kann. Es hat offensichtlich auch einen direkten Einfluss auf kosmetische Probleme, die durch die Hyperandrogenämie entstehen, beziehungsweise auch durch die Hyperinsulinämie. Wenn Sie sich diabetische Patienten anschauen, die haben oft einen Hirsutismus, weil das Insulin in der Lage ist, auch wenn man es spritzt, die Haarfollikel direkt lokal zu stimulieren. Wenn also eine Patientin zu Ihnen kommt mit einem Hirsutismus, das hat kaum endokrinologische Ursachen. Das sind meistens Prozesse, die direkt in der Haut stattfinden. Und auch hier ist die Restriction auf Kalorien und die Gewichtsreduktion essentiell. Zum Beispiel auch beim Hirsutismus, weil das Insulin da natürlich auch stark mitspielt. Und genau das Gleiche, meine Damen und Herren, ist auch bei der Akn der Fall. Das darf Ihnen vielleicht auch einen abschließenden Chauvinismus noch an die Wand projizieren. Das ist eine Arbeit, die wir schon vor längerer Zeit, 2003, publiziert haben. Und hier gingen wir der Frage nach, ändern sich die anthropomorphen Parameter der Neugeborenen in den letzten Jahrzehnten. Und tatsächlich war es so, dass die Kinder der letzten 30 Jahre, die sind immer größer geworden. Und wenn Sie heute die Pubertierenden anschauen, die sind immer größer. Also ich war in der Schule noch einer der größten, wenn ich bei uns im AKH-Iss in den Aufzug hineinsteige, die jungen Ärztinnen und Ärzte sind fast größer als ich. Es kommt zu einer Akzeleration der Körpergröße. Auch das Gewicht der Neugeborenen nimmt kontinuierlich zu. Der Schulterumfang, meine Damen und Herren, nimmt zu. Und wahrscheinlich auch das Gehirnvolumen. Und das Ganze geht über das Insulin und über die Kohlenhydrat Schiene. Als wir das dann publiziert haben, hat zwei Jahre später Science ein Editorial geschrieben und hat die Frage gestellt, wenn das so ist, wie die Wiener das behaupten, zum Schluss passiert uns dann folgendes, nämlich dass die Evolution weitergeht. Dass wir nicht der Endpunkt der Evolution sind, sondern dass möglicherweise auch wir wie nur eine Zwischenphase sind, in einer Zwischenphase, wo es weitergeht. Und das ist ein Karton aus dem Major. Entweder, meine Damen und Herren, zum humanitär ausgerichteten Homo Sapiens oder zum Homo Sapiens Sapiens Brutalis. Wir werden es sehen. Mit diesem meditativen Wort zum Sonntag danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus Applaus Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.